Ja, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich plane ein Fan-Treffen am 2. November in Zelle. Wer Lust hat, der kann da hinkommen. Wir können zusammen durch die Innenstadt gehen oder was essen gehen. Und wenn ihr noch ein paar Fragen habt zum Fan-Treffen und zum Termin, schreibt sie einfach in die Kommentare. Und das ist mein zweites Fan-Treffen. Beim letzten Fan-Treffen da ist irgendwie gerade so gekommen. Aber ich plane am 2. November ein Fan-Treffen in Zelle und ich werde mich freuen, wenn ihr da hinkommen würdet. Ja, und am 2. Oktober bin ich in Fasingen auf dem Oktoberfest oder auf den Wiesen bei 4G Park. Und da werde ich auch noch ein paar Videos machen und ja, ich freue mich schon drauf. Und dann ist noch das Musik-Festival bei den Blue Diamonds und ich mache da auch Videos. Ja, das war kleine Infos und ich melde mich bei dem nächsten Video. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einfach ein Like da und ein Abo. Und ich melde mich dann kurz wieder bei dem nächsten Video. Bis dann. Bis dann.